Hey, pass auf. Das ist deine. Das Wichtigste ist, lass immer den Finger vom Abzug. Außer du musst auf jemanden schießen. Wenn das passiert... 31, 70, wir werden überfallen! ...hältst du einfach drauf. Zentrale! Wir stehen unter Beschuss! Augen offen halten. Alle Kopfs im Land werden nach uns suchen. Big Nick, der Gangster kommt höchstpersönlich. Wie sieht's aus? Vier Tote, sechs Schwerverletzte. Er ist wohl einer von den Bösen. Hier ist mein Angebot. Sag mir die Namen von denen, die entkommen sind, dann besorge ich dir einen Arzt. Ich bin kein Verräter. Jo. Das war's, Alter. Wir haben ein Problem. Die sind von Major Crimes. Lernt euren Feind kennen, Jungs. Jede große Banne, die geschnappt wurde, das waren genau diese Leute. Das ist keine Straßengang. Die sind süchtig nach Raub. Wenn sich einer rührt, erschießt du. Ist das klar? Früher oder später brauchen die ihren Kick. Alles cool? Ja, Mann. Alles cool. Planänderung. Wir steigen auf. Die Federal Reserve. Die Sweet Fort Knox. Da sind zu jeder Zeit zwischen 500 und 800 Milliarden Dollar gelagert. Alles ist voller Kameras, Sensoren und Bewegungsmelder. Wenn du stehen bleibst und dir das Gebäude ansiehst, hast du schon die Wachleute am Arsch. Die einzige Bank, die noch nie ausgeraubt wurde. Deswegen werden wir das machen. Bewegung, los. Weißt du, was das bedeutet? Ich bin auch in einer Gang. Aber wir haben die Marken. Das heißt, du bist erledigt. Geht mir meine Wäste. Sieht ja aus, als würden wir dich verhaften. Schneid dich besser mal an. Handschellen anlegen, dich aufs Revier bringen. Wir schießen dich einfach. Ihr seid nicht die Bösen. Ihr seid's. Sieht nicht die Bösen. City go against me.